Jetzt bin ich schon dran. Also gut, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Design mit System über Lebenshandbuch führen mit Pattern Libraries. Bevor ich loslege, es wird ein etwas theoretischer Vortrag werden. Bevor ich loslege, ganz kurz zu mir, wer ich bin. Mein Name ist Joschi Kufall. Ich mache schon eine ganze Weile lang Internet und so Sachen. Habe seit 1995 mich mit Websites beschäftigt in etwa. Habe eigentlich eine Ausbildung im Architektur- und Designumfeld. Ich muss auch an der Stelle gleich ein Offenbarungseid leisten. Ich habe herzlich wenig Ahnung von Joomla. Ich komme nämlich eigentlich unter anderem aus einer anderen Community, nämlich eigentlich aus der Typo3-Community. Ich habe 2000 eine Agentur gegründet, Tollwerk. Dort beschäftigen wir uns eben mit Websites, seit 2003 mit Typo3 maßgeblich. Wir haben einen Schwerpunkt Barrierefreiheit. Und ich habe ein gewisses Fable für Systematik, wie er wahrscheinlich in den folgenden 45 Minuten, die ich übrigens wahrscheinlich auch ziemlich genau ausreizen werde. Also beim letzten Mal, als ich den Vortrag gehalten habe, ich habe ihn genau einmal gehalten, exakt heute vor einem Jahr. Und da habe ich 45 Minuten, 8 Sekunden gebraucht. Ich muss ziemlich auf die Tube drücken, um das durchzuhalten. Ich bin aber die nächsten zwei Tage da. Ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Die Slides sind online. Ich werde am Ende nochmal einen Link zeigen, wo die zur Verfügung stehen. Und ich habe den Namen auch getwittert. Ihr braucht also nicht mitschreiben. Es gibt alles irgendwie auch im Netz. Wovon rede ich heute? Meine Aufgabe heute, oder das, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich euch ein bisschen was über Designsysteme und Patternlibraries erzähle, was der Unterschied ist, wo das Ganze herkommt, was so die Tradition eigentlich ist, wozu man das brauchen kann, wozu man es gerade auch im Zusammenhang mit Webprojekten verwenden kann. Und im zweiten Teil, ich hoffe, dass der dann nicht zu kurz kommt, weil üblicherweise läuft mir die Zeit dann davon, will ich zeigen, wie wir das bei uns in Projekten verwenden. In dem Fall am Beispiel von einer Typo3-Website. Wobei ich ziemlich überzeugt bin, dass man das auch jederzeit auf andere Systeme oder in andere Arbeitsumgebungen übertragen kann. Das ist dann eure Herausforderung, das in die Jumba-Welt vielleicht auch ein Stück weit zu transportieren. Kurze Anekdote. Der Vortrag ist entstanden, wie gesagt, ziemlich genau vor einem Jahr. Da steckte ich gerade in Japan im Erdbebenfest. Und das war mein Arbeitsplatz, wo ich zwangsweise den Vortrag erarbeiten musste. Also im hinteren Teil von einem Wohnmobil. Dieses Jahr ist es nicht ganz so dramatisch gewesen, aber ich komme eigentlich auch mehr oder weniger direkt aus dem Urlaub von Japan. Steigen wir ein. Designsysteme erstmal ein bisschen theoretischer Teil. Was sind Designsysteme? Was sind Pattern-Libraries? Wo ziehe ich da die Grenze? Es ist ein bisschen schwierig, diese Begriffe zu definieren. Ich komme da später drauf. Wozu braucht man das? Wo kommt es her? Und was bedeutet das für die digitale Welt? Designsysteme oder Pattern-Libraries haben ihren Ursprung mehr oder weniger in einer Sache, die es klassischerweise im Printbereich gab. Dort hat man das, was man Styleguides oder Brandmanuals nennt und schon seit einiger Zeit macht. Und üblicherweise, ihr kennt das vermutlich von dem einen oder anderen Beispiel, üblicherweise sind in solchen Printbrandmanuals Gestaltungsrichtlinien zu einer Marke hinterlegt, die beispielsweise regeln, wie geht man mit Schrift um, wie wird Text dargestellt, wie sind Bilderwelten, mit denen man arbeitet. Und halt alles, was zu so einer Marke dazugehört, das geht gerade in diesem Offline-Medien-Bereich dann oft auch in die Produktion mit rein, dass da definiert ist, mit welchem Papier oder mit welchen Materialien arbeitet man und welche Techniken werden zur Produktion von Medien, die zu dieser Marke gehören, verwendet. Was ist das Ziel von so einem Printstyleguide oder einem Brandmanual? Na ja, in erster Linie möchte man damit seine Marke, sein Corporate Design dokumentieren. Man möchte das sozusagen für die, erstmal für die Außenwelt und natürlich auch für die eigene Firma, für die Mitarbeiter, möchte man das gut gefasst haben. Es ist wichtig, um Medien zu produzieren, die dann kohärent mit dieser Marke zusammenpassen. Insofern ist es natürlich auch ein wichtiges Werkzeug, um dann, was weiß ich, Agenturen, so wie uns beispielsweise oder andere von euch, die vielleicht Print machen, denen kann man sowas in die Hand drücken und dann können die davon relativ einfach Medien ableiten. Und es ist natürlich auch insgesamt gut, um eine Corporate Identity aufzubauen, also der ganzen Firma, dem ganzen Mitarbeiterstab und der Außenwelt ein Bild davon zu geben, was eigentlich hinter dieser Marke steht, was diese Marke ausmacht. Ein sehr bekanntes und sehr altes Beispiel, eines der ersten, die so in der Form veröffentlicht wurden, war in den 70er Jahren das Brandmanual, das Graphic Standard Manual, wie es hieß, der NASA. Und ich glaube, jeder kennt dieses Logo und es ist wirklich, ich kann es empfehlen, es ist ein ganz fantastisches Ding, es ist riesengroß, da ist vom Raumanzug über Autos, über Schrift, über Webseiten, ist eigentlich alles drin, ist ein Klassiker. Wann entsteht im Printbereich, im Offlinebereich so ein Brandmanual, ein Styleguide? Der entsteht in der Regel in dem Moment, wo die Marke überhaupt erst mal entworfen, entwickelt wird. Das heißt, in der Designphase, üblicherweise noch bevor davon Medien abgeleitet werden, ist einer der ersten Schritte und es ist ein manueller Prozess. Es ist häufig so, ich weiß nicht, wer von euch schon mal solche Dokumente in der Hand gehabt hat, dass auch dieses Designmanual selber sich quasi selbst belegt. Das heißt, auch schon in diesem Stil gemacht ist, sodass dieses Werk, das man da in der Hand hat, das ja meistens irgendwie ein Buch ist oder eine Broschüre oder was gedruckt ist, dass das schon so das Design als erstes mal manifestiert. Wenn man das Ganze jetzt überträgt auf die digitalen Medien, das will man natürlich, das ist auch in den letzten Jahren viel passiert, dann kommen da ein paar neue Herausforderungen dazu. Im Großen und Ganzen ist die Zielsetzung da natürlich erst mal dieselbe. Das heißt, man will auch eine Marke dokumentieren, aber natürlich muss man hier ein bisschen weiter gefasst denken und man hat es mit sehr vielen Medien zu tun. Man muss das Ganze ausdehnen auf alle möglichen Arten von Interfaces, ob das jetzt Software ist, ob das Websites sind oder alles, was halt digital passiert. Die Besonderheiten, die man im digitalen Bereich aber hat, ist, dass das Ganze erst mal sehr viel zustandsreicher ist. Das heißt, man hat es natürlich mit dynamischen Anwendungen zu tun. Man tut sich nicht so einfach, das alles auf Papier zu drucken. Das Ganze verändert sich. Meistens sind digitale Medien auch kontextabhängig. Das heißt, es kommt darauf an, wo ich mir dann ein Produkt anschaue, was von dieser Marke abgeleitet ist, unter welchen Voraussetzungen, auf welchen Ausgabeplattformen. Und natürlich haben wir es mit dem Begriff Progressive Enhancement zu tun. Das heißt, nicht jedes Endgerät unterstützt alles, also muss sich so ein Design auch dynamisch anpassen können an die Umgebung, in der es verwendet wird. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, was das Dokumentieren von so einem Design angeht. Und natürlich kommt auch dazu, dass Printprodukte in der Regel sehr viel langfristiger gemacht und gedacht sind, sich dann auch nicht mehr verändern, wenn sie einmal rausgedruckt sind. Das ist natürlich im digitalen Bereich anders. Produkte entwickeln sich, Websites werden überarbeitet, es kommen neue dazu und es kommen neue Techniken dazu. Die Rahmenbedingungen verändern sich und natürlich soll die Marke da mitwachsen. Das erste mir bekannte und ich glaube allgemein bekannte Designsystem, das online veröffentlicht wurde oder eines der ersten, war die Yahoo Design Pattern Library im Jahr 2006. Die ist so in der Form leider seit 2011 oder 2012 nicht mehr online. Die ist wieder vom Netz genommen. Yahoo hat ja diverse Stadien durchgemacht, aber dort hat Yahoo sehr schön eigentlich einzelne Komponenten von ihren Websites beschrieben und dokumentiert. Das war so der erste Ansatz, schaut noch so ein bisschen oldschool aus. Aber ist eigentlich ein Klassiker und einer der Vorreiter von dem, was heute oftmals eingesetzt wird. Im Großen und Ganzen sehe ich zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Arten, wann Designsysteme oder wie Designsysteme benutzt werden im digitalen Bereich. Zum einen ist es so, dass sie als Arbeitswerkzeug während der Produktentwicklung passieren, also mehr oder weniger zeitgleich. So ein kleiner Unterschied zu dem, was im Printbereich passiert, wo das ja in üblicher Weise im Zusammenhang mit der Marke entsteht und auch dort schon aufgebaut wird. Und ein zweiter, das ist wahrscheinlich sogar der häufigere Anwendungszweck für Styleguides im digitalen Bereich, ist zur Dokumentation. Also wenn ich eine Marke habe und mit all ihren Produkten habe, dann baue ich ein Designsystem, um das Ganze sozusagen für die Außenwelt oder auch für die Leute, die daran arbeiten, weiter zu dokumentieren. Diese zwei Einsatzzwecke von Designsystemen sehe ich und mich persönlich interessiert das als Arbeitswerkzeug eigentlich viel mehr, aber da komme ich später nochmal ausführlicher drauf. Dann hat der eine oder andere von euch sicherlich schon mal den Begriff Living Style Guide gehört. Damit meint man oder damit betont man eigentlich, dass die digitalen Produkte sich natürlich verändern und dass es die Herausforderung an so einem Designsystem ist, dass ich das mit verändern muss. Das heißt, es muss leben, deswegen Living und den aktuellen Zustand von digitalen Produkten wiedergeben, die sich halt über die Zeit verändern. Und das bedeutet, dass die Herausforderung mitunter ist, dass sich Styleguides anpassen müssen an das, was in der Produktwelt parallel dazu passiert. Und das ist in der Regel kein manueller Prozess mehr. Da wird man wahnsinnig werden. Es gibt natürlich auch manuelle Ansätze, aber der Aufwand wäre da sehr hoch. Und so haben sich über die Jahre verschiedene Tools entwickelt, die man nutzen kann, um Design zu dokumentieren im digitalen Bereich. Ich unterscheide jetzt hier, glaube ich, drei oder drei verschiedene Sorten von Tools. Das ist ein bisschen eine willkürliche Einteilung von mir, aber ich glaube, man kann von dem, was die Tools tun und wie sie arbeiten, woraus sie ihre Informationen beziehen und was das Produkt davon ist, kann man durchaus unterscheiden. Die einfachste, technisch einfachste Lösung, die ich da sehe, sind, ich nenne es jetzt mal CSS-Dokumentations-Parser. Es ist üblicherweise CSS, was da dokumentiert wird. Das passiert so, dass CSS-Dateien, die ja den Gestaltungsteil von den digitalen Produkten und Websites wiedergeben, dass CSS-Dateien von den Autoren mit Kommentaren auf eine bestimmte Art und Weise versehen werden. Und diese Kommentare können von Tools extrahiert werden. Typischerweise produzieren die Tools dann ein HTML-Dokument oder vielleicht mehrere und beziehen sozusagen die Informationen, die da dargestellt werden, aus den CSS-Kommentaren raus. Das ist noch ein sehr trivialer, sehr einfacher Vorgang. Das stößt man quasi einmal an, dann werden CSS-Dateien verarbeitet und es kommt ein Dokument raus und da kann man sich so ein bisschen angucken, was das CSS treibt. Alles noch relativ primitiv. Der bekannteste Vertreter ist ein Tool, das sich KSS nennt und es produziert eine Ausgabe, so wie auf der rechten Seite, die ihr da seht. Das heißt, da werden die CSS-Anteile, die dokumentiert wurden, werden hier raus extrahiert und gemeinsam dargestellt. Alles sehr einfach. Die nächste Stufe obendrauf schimpft sich Styleguide-Generatoren. Da wird im Prinzip auch HTML und CSS produziert. Das heißt, das Endergebnis ist dasselbe, aber der Vorgang dahinter ist schon ein bisschen intelligenter, ein bisschen komplexer. Üblicherweise steckt irgendeine Sorte von Templating-Prozess mit dahinter. Und ich weiß nicht, wer von euch von Brad Frost's Pattern Lab schon mal gehört hat. Das ist ein ganz bekannter Vertreter, der jetzt seit vier, fünf Jahren was rumgeistert. Dort, also um das Pattern Lab mit Informationen zu speisen, legt man schon ausdrücklich spezielle Templates an, einfach um das Design wiederzugeben. Das wird dann ausgewertet, produziert auch solche statischen Ergebnisse, HTML-Dateien, CSS-Dateien. Und die, sagen wir mal, komplexeste oder fortgeschrittenste Art, um sowas zu dokumentieren, nenne ich jetzt mal Styleguide-Plattform, ist ein willkürlicher Begriff von mir. Was ich damit sagen will, ist, dass das keine Generatoren sind, die irgendeine Quelle nehmen und irgendwas produzieren und dann fertig sind, sondern man hat es da mit dynamischen Anwendungen zu tun. Also Systeme parallel zum eigentlichen digitalen Produkt, zur eigentlichen Website. Das Ziel davon ist, ist, dass diese Systeme in irgendeiner Form live mit dem echten digitalen Produkt kommunizieren können, sich austauschen können und so, dass ich mehr oder weniger auf Knopfdruck oder im Bestfall sogar, ohne dass ich irgendwas dazu tun muss, immer auf dem Stand sind, auf dem auch die Website ist, sich die Informationen dort rauszieht. Und ich quasi parallel zu einer Website noch ein zweites System habe und das zweite System bietet mir die Ansicht rein allein auf Designanteile oder auf das, was an Style in dem Produkt drin steckt. Die Templating-Prozesse dahinter sind schon sehr viel komplexer. Oftmals möchte man das Ding dann auch erweitern. Da geht man sehr speziell in die Tiefe rein und kann auch Eigenheiten von solchen Websites in irgendeiner Form darstellen. Natürlich kümmere ich mich jetzt im weiteren Teil des Vortrags speziell um diese Systeme bzw. ich gehe dann später auf eins in der Praxis ein. Ein ganz bekannter Vertreter ist Rizzo, ein Projekt, ein Programm, das der Lonely Planet für sich gemacht hat. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, das auf andere Projekte zu übertragen, weil das so speziell auf Lonely Planet abzielt. Es gibt noch andere, Source.js beispielsweise, es kommt aus der JavaScript-Welt, ist meines Wissens nach ein bisschen eingeschlafen. Es gibt verschiedene. Ich kümmere mich später speziell um ein System, das Fractile heißt, erzähle ich nachher noch mehr dazu. Aber ich denke, das ist so die fortgeschrittenste, komplexeste Variante von Tools, die hinter digitalen Styleguides stecken können. Ich habe gerade schon mal das Wort, glaube ich, verwendet, was natürlich dort eine große Rolle spielt. Ich mache jetzt einen kleinen Schlenkerer, ist, diese Tools, diese Styleguide-Plattformen kümmern sich in erster Linie oder wollen ausdrücklich dokumentieren, Komponenten. Ich habe jetzt mal geschrieben, Komponenten sind sozusagen das Gegenstück zu Spaghetti-Websites, so würde ich das nennen, was wir früher gemacht haben. Komponenten, was ist das? Komponenten kommen aus dem Halbbegriff Component-Driven-Design raus. Das ist das, was man einerseits in der Programmierung haben kann, was auch natürlich im Designbereich eine Rolle spielen kann oder auch zum programmierten Teil dazu passen müsste. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir ja Web-Anwendungen häufig so entwickeln, dass wir Bausteine uns ausdenken, einzeln entwerfen, einzeln entwickeln und so konstruieren, dass wir sie auf Websites nach Möglichkeiten flexibel einsetzen können. Das Ganze wird natürlich total beflügelt durch die ganzen Hipster-Frameworks, React, Angular, was man auch immer da hat, die auch im Frontend speziell so denken. Aber das sind alles Prozesse, die auch im Backend, in der Entwicklung, im Design genauso funktionieren. Und solche Komponenten bestehen in der Regel aus verschiedenen Technologien, HTML, CSS, JavaScript. Aber es gehören natürlich auch Brand Assets dazu, also Bilder, Slogans, Schriftarten, halt alles, was so eine Marke ausmacht. Die Komponenten, die wir dann am Ende auf der Website finden, sind mehr oder weniger die konkrete Anwendung von dem Design. An der Stelle möchte ich den Begriff Pattern einführen. Ich denke, Pattern ist was, das geht über das, was Komponenten sind, ein ganzes Stück weit hinaus. Ich habe leider kein ordentliches deutsches Wort dafür gefunden oder es lässt sich schwer finden, weil der Begriff Pattern eigentlich sehr schön einfasst, was damit gemeint sein kann. Pattern kann ganz ausdrücklich bedeuten Muster, also auf dem Stoff oder auf dem Papier oder was auch immer. Aber gleichzeitig steckt in dem Wort Pattern auch Verhaltensmuster drin. Und wenn wir an komplexere Web-Anwendungen denken, dann sind in einzelnen Modulen, die wir dort benutzen, natürlich nicht nur Design-Anteile drin und nicht nur Mark-Up-Anteile drin, sondern stecken auch Interaktionen, stecken Abläufe, steckt auch Psychologie mit drin. Deswegen ist das Wort Pattern eigentlich eher eine Erweiterung von Komponenten. Und ich werde jetzt im weiteren Verlauf in erster Linie das Wort Pattern verwenden. Wenn ich mir anschaue, was gibt es jetzt eigentlich so für Patterns, die an einem digitalen Produkt beteiligt sein könnten, dann habe ich mal so ein paar Archetypen da rausgeschält. Zum einen haben wir als einfachste Variante das, was sich im Englischen Perceptive Patterns nennt. Wir können es mit Wahrnehmungsmuster übersetzen. Das sind in erster Linie sehr visuell orientierte Eigenschaften eines Designs. Das heißt, die Dinge, die ein digitales Produkt in erster Linie in seiner Erscheinung, in seiner visuellen Erscheinung beschreiben. Ich sage gerne, dass das der Teil ist oder das sind sozusagen die Eigenschaften von einem digitalen Produkt, die man gut mit Adjektiven beschreiben kann. Zum Beispiel auffällig, großzügig, wichtig, übergeordnet, untergeordnet. Also sehr visuelle Dinge. Beispiele dafür sind alles, was mit Farben zu tun hat, alles, was mit Schrift, mit Typografie zu tun hat, Layout, Strukturelemente, Raster, alles, was man halt sehen kann, bis hin zu Zuständen, die einzelne Bausteine annehmen können. Denken wir an Buttons, die sich verändern oder alles Mögliche, alles, was visuell und mit Sinnen wahrnehmbar ist. Der letzte Punkt, das ist ein bisschen abstrakt, aber im Prinzip gehört an der Stelle auch mit rein. Jetzt, wenn ein Unternehmen beispielsweise Richtlinien dafür hat, wie sie Leute ansprechen, dann gehören im Grunde auch Ausdrucksformen, Ansprache oder der Umgang mit Sprache im Allgemeinen dazu. Assets, statische Assets, hatte ich vorhin schon erwähnt, gehören natürlich auch mit rein. Das Logo, der Claim und alles Mögliche, was zur Marke dazugehört. Im Web-Kontext bedeutet das konkret, alles, was ich gerade beschrieben habe, neben den Assets, die es natürlich gibt, haben wir es hier in erster Linie mit CSS zu tun, das in diesen Bereich reinfällt. Die meisten Sachen davon lassen sich mit Gestaltungsrichtlinien beschreiben und das machen wir nun mal im Web, hauptsächlich mit CSS. Die nächst komplexere Form von Patterns, die wir haben, heißen im Englischen Functional Patterns. Wie gesagt, die Übersetzungen sind von mir und sie sind bestimmt nicht besonders gut. Also Verhaltensmuster habe ich an der Stelle gesagt. Was meine ich damit? Damit meine ich in erster Linie das, was zu den eigentlichen visuellen Dingen noch dazukommt, um Nutzerverhalten zu produzieren. Wenn ich vorhin gesagt habe, ich würde für die Wahrnehmungsmuster Adjektive verwenden, dann wären es hier eher Verben, die ich einsetzen würde und sagen würde, zum Beispiel informieren, navigieren, verschicken, auswählen, solche Dinge. Also eher aktive Bausteine, die aufsetzen auf den Wahrnehmungsmustern von vorhin. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeführt. Alles, was mit Strukturelementen zu tun hat, die schon ein bisschen komplexer sind. Eine Kachelansicht, Listenansichten, Navigation im Speziellen kommt da mit rein. Alles, was Call to Action sind. Und das Ganze steigert sich in seiner Komplexität und kann natürlich, es können Komponenten auf anderen Komponenten aufbauen. Und wir bekommen beispielsweise, während wir im Designbereich, im Wahrnehmungsbereich, in erster Linie noch uns damit beschäftigen, wie schauen einzelne Formularelemente aus, so können hier ganze Formularstrecken oder die Formulare als Ganzes eingeordnet werden. Das Ganze wird, wie gesagt, immer komplexer. Wir haben hier in dem Bereich natürlich allerhand interaktive Bausteine auch, die heutzutage überall zu sehen sind. Slider, Akkordions, Fortschritt, Zustandsanzeigen. Im Web-Kontext bedeutet es jetzt wieder, wenn ich vorhin gesagt habe, die Wahrnehmungsmuster kann ich in der Regel mit CSS abfassen, dann kommt hier jetzt was mit rein, was unseren Inhalt strukturiert, also HTML. Wir haben es natürlich wieder mit CSS zu tun, aber wir haben jetzt hier auch erstmals einen interaktiven Anteil, was in der Praxis in der Regel bedeutet, dass hier mit JavaScript viel gearbeitet wird. Das heißt, diese Verhaltensmuster produzieren schon eine ganze Menge mehr oder sind schon eine ganze Menge mehr bewegliche Teile im Spiel. Und dann gibt es noch eine Sorte von Patterns, die kann man gar nicht so einfach greifen. Ich habe einfach mal ein paar davon zusammengetragen. Nämlich habe ich möglicherweise das Zusammenspiel von Komponenten über mehrere Seiten hinweg oder ich habe komplexe Abläufe, beispielsweise im E-Commerce, wenn ich sage, das Bestellen eines Produkts oder das Abonnieren eines Newsletters oder eine Kleinanzeige aufgeben. Da sind schon Abläufe mit drin, die weit über das hinausgehen, was einfach nur auf dem Bildschirm zu sehen ist und wie es funktioniert, sondern da kommt die Psychologie ein Stück weit mit ins Spiel. Und das kann man noch einen Schritt weiter treiben, wenn man den Begriff Persuasive Patterns mit einführt. Dort spielen in erster Linie UX und psychologische Faktoren noch mit eine Rolle. Beispielsweise, wie kriege ich Leute dazu, was tue ich, was unternehme ich, um Leute dazu zu bewegen, sich ein Konto auf meiner Website aufzumachen oder um immer wieder auf meine Website zurückzukehren und zu loyalen Benutzern zu werden. Das sind sozusagen Überlegungen, die weit über das reine Design und Programmieren und so weiter hinausgehen, sondern da spielt UX eine große Rolle. Aber das sind alles Bestandteile, die im Großen und Ganzen als Patterns, als Muster gesehen werden können. Aufs Web übertragen bedeutet das, dass wir alles haben, was wir vorher schon hatten, gehört da natürlich mit dazu. Das heißt, alle diese Medien, die unsere Bausteine definieren, plus dann eben so Sachen wie User Experience Überlegungen, Marketing Überlegungen und so weiter. Das war jetzt alles, was so sehr, sehr konkret auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, was dazu gehört zum digitalen Produkt, was ich als Patterns, als Komponenten abfassen kann. Aber es gibt umso Websites drumherum natürlich noch eine ganze Menge mehr, die mir jetzt im ersten Moment erst mal gar nicht vielleicht unter dem Begriff Design mitsehen würde. Beispielsweise, viele Unternehmen haben sogenannte Design Principles. Das heißt, da geht es eher um Leitmotive, wie sich so ein Unternehmen definiert und sagt, wer bin ich eigentlich, was ist meine Persönlichkeit, was macht uns aus. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Ich habe ein paar Beispiele da draufgeschrieben von Marken, die wahrscheinlich der eine oder andere kennt. Manche dieser Leitsätze sind sehr stark markenbezogen. Andere pochen auf die, also Jack Daniels beispielsweise als 100 Jahre alte Marke, die haben ein völlig anderes Selbstverständnis als jetzt. GDS ist das Digital Government Services in England, also die englische Regierung mehr oder weniger, die auch ein hervorragendes Design System hat nebenbei. Also jeder hat so seine eigene Definition von sich, seine Selbstvorstellung. Und es sind im Grunde auch alles Faktoren, die in ein Design, in ein Corporate Design, in ein Brand mit reinspielen und insofern auch ein Stück weit interessant sind für ein Design System. Dann könnte man eine ganze Reihe von strategischen Grundlagen auch dort noch mit verorten. Beispielsweise, wie definiert man, welchen Technologiestack man einsetzt für sich? Was sind da die Prioritäten? Wie gehe ich um mit dem Thema, was weiß ich, Barrierefreiheit? Welche Rolle spielt Testing für uns? Welche redaktionellen Stilmittel setzt man denn ein? Das sind alles Sachen, die weit über das visuelle Design hinausgehen. Und natürlich gehören auch vorbereitende Maßnahmen in einer gewissen Weise mit rein. Wenn ich das Ganze über einen, was weiß ich, über Personas meine Brand entwickelt habe, dann sind die Personas natürlich auch ein Baustein, der zwar vielleicht im eigentlichen digitalen Produkt so nicht mehr direkt abzulesen sind, aber es sind wichtige Grundlagen bei der Entwicklung gewesen. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt, was natürlich auch mit dazugehören kann, zumindest sehe ich das da gerne, sind sozusagen Unterlagen, die die Nutzung des digitalen Produkts mit unterstützen, also eher sowas Nachbereitungsmäßiges. Wenn ich jetzt beispielsweise Redakteure habe, dann möchte ich den Redakteuren ja vielleicht auch was an die Hand geben und ihnen eine Hilfestellung dabei bieten, wie man jetzt mit dem digitalen Produkt auf Dauer arbeiten kann. Beispielsweise könnten da Tutorials mit reinkommen oder Onboarding-Guides, wenn neue Teammitglieder reinkommen. So ein Designsystem ist natürlich hervorragend geeignet, um auch jemanden, der neu dazustößt, auf den Stand zu bringen, sodass er gut arbeiten kann mit so einem Brand. Das sind also alles Bausteine, die in einer erweiterten Form zu dem Design mit dazugehören und deswegen auch Einzug in ein Designsystem finden können. Das heißt, ein Designsystem geht weit hinaus über das eigentliche Design an sich und in ein Designsystem gehören neben den ganzen visuellen und diese verschiedenen Patterns, die ich vorhin beschrieben habe, neben diesen ganzen Dingen gehören auch Prinzipien, Strategien und so weiter. Das ergibt eigentlich alles insgesamt das Wesen einer Marke oder das, was dahinter steht. Und jetzt komme ich zu der wichtigen Begriffsdefinition. Designsystem und Patternlibrary sind zwei Dinge, die gerne synonym behandelt werden da draußen. Ich glaube, keiner weiß so richtig, was, was ist eigentlich. Ich denke, man kann aber schon einen großen Unterschied sehen und den ziehe ich jetzt hier mit diesen Begriffen, indem ich sage, eine Patternlibrary ist nichts anderes als der manifestierte Teil eines Designsystems, das, was ich tatsächlich dokumentieren und greifen kann und am Ende anbieten kann, was in der Regel toolgestützt zustande kommt. Und zwei Aufgaben hat, nämlich zu dokumentieren und zu entwickeln. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass das Designsystem und die Patternlibrary nicht identisch sind, sondern dass die Patternlibrary eigentlich immer nur einen Auszug aus dem Gesamtkomplex-Designsystem wiedergeben kann, mehr oder weniger. Aber da ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Das heißt, hinter einer Patternlibrary, eine Patternlibrary stellt immer nur einen kleinen, nämlich den greifbaren Ausschnitt von einem Design und dem kompletten Designsystem dar. Wie gesagt, Brad Frost ist mit seinem Patternlibrary sicherlich einer, der das vor vier, fünf Jahren angefangen hat, sehr viel populärer zu machen. Aber das ist so ein kleiner Auszug aus einem Dialog, den es da mal gegeben hat vor ein paar Jahren, wo die zwei Stephen Hayes, ein Holländer und Brad Frost sich darüber besprochen haben, dass jedes Designsystem auch ein Stück weit Dokumentation enthalten muss und sich nicht einfach nur um Technik dreht. Ich habe gesagt, ein Designsystem kommt in zwei verschiedenen Szenarien in erster Linie zum Einsatz. Das eine Szenario ist Dokumentation, also was, was hauptsächlich nach außen hin und hinterher interessant ist. Und nachdem Designsystem nicht ganz unaufwendig ist, ist das in erster Linie, wenn man sich so umschaut, populär bei größeren Marken, die viele oder mehrere digitale Produkte auf dem Markt haben, möglicherweise mit verschiedenen Designteams arbeiten, vielleicht verteilt, die unterschiedliche Produkte auf Basis einer Marke aufbauen im Laufe der Zeit und vor allem muss man auch damit rechnen, dass der Aufbau von so einer Dokumentation Arbeit und Zeit kostet und insofern ist es eher schwierig oder vermutlich nicht besonders wirtschaftlich, das mal auf die Schnelle zu so einem kleinen, netten Webprojekt zu machen. Ich habe hier jetzt ein paar Beispiele, ich gehe die ganz schnell durch, damit mir die Zeit nicht noch schneller davonläuft, aber gute Beispiele dafür sind das IBM Carbon Designsystem, ist auch schon etwas länger. Ihr seht, das sind Systeme, die sehr auf Dokumentation ausgerichtet sind. Shopify hat ein sehr schönes Designsystem. Ich kann euch dringend empfehlen, dass da unten sind Links, wenn ihr später mal auf die Slides schaut, klickt da mal drauf, schaut euch die an. Ist wirklich sehr gut gemacht. Es ist so eine Mischung aus, damit kann sogar jemand was anfangen, der mit Shopify gar nichts zu tun hat oder kein Entwickler ist. Es ist schön beschrieben, was sie eigentlich damit wollen. Aber gleichzeitig tun diese Beispiele auch anleiten, wie man jetzt, was weiß ich hier, englische Regierung, wie man einen solchen Button einsetzt. Also dieses Designsystem richtet sich an, die englische Regierung hat mehrere hundert Teams über England verteilt, weiß ich. Die machen, was weiß ich, jede Kommune hat ihre eigene Website, aber das ist für die alle die Anlaufstelle, um sich zu orientieren, wie sollen öffentliche, von der Regierung ausgehende Websites gestaltet sein, beziehungsweise was sind die Richtlinien dafür. Und sie bieten dann einen guten Anhaltspunkt, wie man sich dieser Marke bedient und das tatsächlich auf die Straße bringt, in ganz unterschiedlichen Kontexten. BALB ist ein relativ junges Designsystem. Es ist, glaube ich, erst vorletztes Jahr entstanden. Es ist ein englischer oder der populärste englische Anbieter für Energiegeschichten. Und das zweite Szenario in dem, und das ist das, was mich eigentlich viel mehr interessiert, das zweite Szenario ist sozusagen nicht die Dokumentationsschiene von Designsystemen, sondern welche Aufgaben können Designsysteme in der Entwicklung von Produkten eigentlich übernehmen. Da ist die Ausgangslage eine ganz andere. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendjemand hinterher informiere, sondern da geht es darum, dass eine Pattern Library auch ein Arbeitswerkzeug sein kann, schon beim Aufbau von einem digitalen Produkt, also als eine Art Werkbank. Im Unterschied zu der anderen Variante entstehen solche, oder müssen solche Pattern Libraries natürlich während der Arbeit an so einem digitalen Produkt entstehen. Und unserer Erfahrung nach ist es ein hervorragendes Tool, um schon im sehr frühen Stadium alle möglichen Stakeholder von einem Projekt zusammenzubringen. Das heißt, in einem Designsystem, in einer Pattern Library, die kann genutzt werden als Kommunikations- und Kollaborationsplattform. Ich habe jetzt hier geschrieben, noch bietet sich an, wunderbar, wenn man agil arbeitet. Wir haben häufig Projekte, wo wir Kunden mit drin haben, wo wir vielleicht externe Designer mit drin haben, wo wir eventuell sogar noch Programmierleistung von außen mit reinholen. Oder Tester oder sowas. Ein Designsystem kann durch alle Projektstadien und eine Pattern Library, Entschuldigung, jetzt verwende ich meine eigenen Begriffe nicht konsistent, eine Pattern Library kann durch alle Stadien hindurch eine super Plattform sein, um da schon sehr frühzeitig die Stakeholder miteinander sich austauschen zu lassen, lange bevor es das eigentliche digitale Produkt gibt. Die Zielsetzung wäre, wie gesagt, an der Stelle, dass man möglichst früh schon Dinge sehen kann und vor allem isoliert betrachten kann. Es ist ein wunderbares Kommunikations- und Kollaborationstool. Und man kann eine Pattern Library, ich zeige das nachher kurz, man kann eine Pattern Library auch prima benutzen, um seine Bausteine, die Module, die man für die Webseite verwendet, zu testen. Und zwar so zu testen, dass sie in einer isolierten Umgebung funktionieren. Das heißt, alles, was man modular einsetzen will, muss man immer aufpassen, dass man Nebenwirkungen möglichst ausschließt. Dafür bietet eine Pattern Library ein wunderbares Instrument. Im allerbesten Fall, und das ist eigentlich das, was man unbedingt erreichen möchte mit so einer Pattern Library, ist, dass die zum Single Source of Truth wird. Das heißt, dass ich im Idealfall meine Pattern Library als eine zentrale Anlaufstelle habe, in der alles dokumentiert ist. Ich muss nicht noch zusätzlich in den Code schauen, dann vielleicht noch in das Handbuch da und da schauen, und dann muss ich den noch fragen, weil der der Einzige ist, der es weiß, sondern im Idealfall. Und das ist aber auch die große Herausforderung. Ich komme dann gleich nochmal drauf. Im Idealfall ist die Pattern Library wirklich die zentrale Anlaufstelle für alle diese Informationen. Wir kommen zum Ende des theoretischen Teils. Ich schäle nochmal kurz raus, was so die Vorteile, die Herausforderungen und vielleicht auch die Stärken von Pattern Library sind. Vorteile sind also, eine Pattern Library ist eine gute Plattform, um verschiedene Rollen, um interdisziplinär zu arbeiten und Leute da zusammenzuziehen. Eine Pattern Library bietet mir eine frühe Möglichkeit, auf mein Design in einzelnen Bausteinen draufzuschauen und vor allem den Wildwuchs da auszutauschen. Ich kenne ja wahrscheinlich alle, wenn ihr mal irgendwo, ich nehme jetzt irgendein Beispiel und vielleicht lege ich nicht mehr richtig, aber wenn ihr zu Amazon oder Ebay schaut und mal zählt, wie viele verschiedene Arten von Buttons es da gibt und wie die alle anders ausschauen. Also da auf 10 oder 20 verschiedene Stile für Buttons zu kommen, das passiert ganz schnell. Das passiert natürlich, weil solche Produkte organisch gewachsen sind, da ganz viele Leute dran arbeiten. Jeder macht so ein bisschen sein Ding und dann kommt einer und sagt, ach, lass uns das doch noch ein bisschen größer machen. Ich glaube, Brad Frost hat mal einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben, wo er irgendeine Seite auseinandergenommen hat. Also dieser Wildwuchs ist was, das will man natürlich vermeiden, weil man kohärentes Design haben möchte und Pattern Libraries bilden so etwas sehr schnell ab und machen das auffällig, bieten sich an, um zu dokumentieren natürlich und gleichzeitig ist es eine gute Hilfestellung für Entwickler, die an dem Projekt mitarbeiten, weil man denen so eine Art Leitplanken vorgibt, in denen die sich bewegen können und an denen sie sich orientieren können. Und zu guter Letzt, wenn man mal ein Produkt updaten muss und das soll ja bei Websites gelegentlich vorkommen, dann ist eine Pattern Library auch einfach ein guter Spielplatz, um sozusagen Design weiterzuentwickeln, auszuprobieren, ohne dass das jetzt an jeder Stelle gleich sofort im Frontend auch oder in der Umsetzung auch passieren muss. Aus unserer Sicht als Agentur, weil wir Pattern Library mehr oder weniger standardmäßig bei allen Projekten einsetzen, hat sich natürlich das Ganze auch insofern bewährt, als dass wir Erfahrungen, die wir sammeln, Erfahrungen im Sinn von Codeschnipsel, die wir immer wieder anwenden, Best Practices, dass wir die von Pattern Library zur nächsten durch die Projekte mit durchschleifen können und natürlich eine super Grundlage haben, um Projekte zu kickstarten, ohne jedes Mal komplett bei null anfangen zu müssen. Das sind so die Vorteile, aber Pattern Libraries sind nicht ganz ohne, muss man auch dazu sagen, es gibt Herausforderungen und die ganz zentrale Erkenntnis ist es, dass das Ganze nur dann richtig gut funktioniert, wenn man in seiner ganzen Arbeitsweise sehr stark komponentenorientiert denkt und arbeitet. Und das war für uns, als wir angefangen haben, mit diesen Systemen zu arbeiten, war das eine Riesenumstellung. Also wie gesagt, ich komme aus der Typo3-Entwicklung raus. Dort gibt es zwar auf der Programmierebene durchaus Ansätze, komponentenorientiert zu arbeiten, aber Typo3 macht, und ich nehme an, das ist bei Joomla nicht anders, macht einem keine Vorschriften, wie man sein CSS schreibt. Um das sinnvoll auf die Straße bringen zu können, muss man aber seinen Arbeitsprozess wirklich radikal darauf umstellen, sodass auch CSS und JavaScript und alles, was dazugehört, wirklich komponentenorientiert strukturiert ist. Nur dann kann ich das Ganze auch isoliert rausziehen in so eine Pattern Library. Dann wichtig ist bei so einer Pattern Library, wenn man wirklich das als Kollaborationstool verwenden will, muss man es so machen, dass es Leute verstehen. Das heißt, es muss intuitiv bedienbar sein. Das ist wieder dieses Wildwuchs-Thema. Schwierigkeit ist auch, wenn man so etwas nachträglich einführt, dann hat man einen Haufen Arbeit vor sich. Ich kann es nicht unbedingt empfehlen, Pattern Libraries oder Designsysteme in nachträgliche Projekte reinzuzimmern. Ich würde wirklich von null an damit anfangen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut ist, wenn man so eine Art Pattern Library Hausmeister hat, also eine Person, die das Ganze wirklich inhaliert hat und darauf schaut, dass sich alle an die Regeln halten und dass alle keinen Schmarrn machen in dem Ding. Und die größte Herausforderung sehe ich persönlich grundlegend, die Pattern Library synchron mit dem eigentlichen Produkt zu halten. Und das war eigentlich einer der Gründe, warum wir lange nicht angefangen haben, mit so etwas zu arbeiten, weil wir keine technische Lösung dafür hatten, nämlich sozusagen dafür zu sorgen, dass nicht das Produkt gemacht wird. Dann wird am Anfang noch schön die Pattern Library mitgepflegt und irgendwann dann im Doing stellt man fest, ach, ich brauche doch noch mal ein bisschen mehr Komponente. Dann hat man das halt schnell gemacht. Jetzt, wenn die Pattern Library aber nicht unmittelbar zusammenhängt mit dem digitalen Produkt, dann müsste man das danach pflegen. Dann kommt die Deadline, dann hat keiner Zeit und dann sagt man, ja, man macht es später und dann weiß man es aber doch wieder nicht so genau. Und irgendwann, also die Erfahrung zeigt, irgendwann, wenn die Pattern Library und das digitale Produkt nicht wirklich Schulter an Schulter laufen, dann wird die Pattern Library irgendwann sterben. Also sie wird erst verweisen und verwildern und dann wird sie irgendwann sterben. Und die synchron zu halten, ist eine der größten Herausforderungen. Grenzen und Schwachstellen, letzter Punkt in dem theoretischen Teil. Pattern Library und Design Systeme sind nicht dasselbe, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Eine Pattern Library zu haben, heißt nicht gutes Design zu machen. Das ist nicht so, dass man auf einmal plötzlich zum Top Designer wird. Leider, schlechte Nachricht, die Pattern Library oder solche Design Systeme, Pattern Libraries entfalten ihre Wirkung eigentlich nur dann, wenn man damit auch gut und geschickt und sinnvoll umgeht. Also am Ende liegt es an Menschen, nicht an dem Tool. Das will ich damit sagen. Und eine Pattern Library oder Pattern, diese ganzen Geschichten machen nur dann Sinn, wenn sie das Projekt wirklich voranbringen. Und damit das Projekt vorangebracht wird, müssen zwei Sachen zusammenkommen. Nämlich erst einmal die Qualität des Produkts müssen gesteigert werden und das Ganze muss parallel noch dazu wirtschaftlich sein. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also so ein winziges Webprojekt mit einer Pattern Library zu bewerfen, muss nicht immer klug sein. Also auch da gibt es Grenzen, die man einhalten kann. So, ich glaube, ich halte es noch ungefähr eine Viertelstunde, ein bisschen weniger, so 13 Minuten. Jetzt wird es sehr sportlich. Ich will euch jetzt noch kurz ein Projekt zeigen. Ich fliege da durch. Ich bin, wie gesagt, die nächsten zwei Tage noch da. Fragt mich. Ich weiß, dass mir am Ende die Zeit fehlen wird. Wir könnten theoretisch, wenn einer von euch Lust hat, und wir können wirklich in die laufende Pattern Library reinschauen. Das mache ich jetzt hier im Vortrag nicht. Ich zeige euch ein Beispiel, wo wir das gemacht haben und wie wir vorgehen können. Wie gesagt, es ist ein Typo 3 Projekt. In dem Fall Nürnberg Digital Festival. Ich will jetzt da gar nicht Werbung dafür machen. Wir haben aber mindestens drei Nürnberger hier. Nämlich Nürnberg Digital Festival ist eine Veranstaltung, gibt seit 2013, finden innerhalb von einer Woche zig Veranstaltungen statt. Wir haben das Projekt irgendwann mal, wir sind da 2012 dazugestoßen und sind jetzt bis heute verantwortlich für alles, was gelb ist. Also für die ganze Marke mehr oder weniger, unter anderem auch für die Website. Letztes Jahr, das war just, als ich diesen Vortrag gehalten habe, ich glaube zwei Tage vorher, bis dahin hieß es Nürnberg Web Week, dann wurde es umbenannt. Und im Rahmen dieser Umbenennung war klar, dass wir die Website natürlich auch umstellen mussten. Die Website war bis dahin von 2013 noch mehr oder weniger so ein bisschen durchgezombiet bis dahin. Und es war schon lange deutlich gewesen, dass wir da tief ansetzen und alles komplett überarbeiten müssen. Und insofern haben wir uns dann vor, das ist jetzt schon zwei Jahre her, Gedanken gemacht, wie wir einen Relaunch durchführen können, das Ganze verbessern können, aber auch auf ein breiteres Team ausdehnen können und so weiter. Die Objectives waren klar, es muss ein aktuelles Typo 3 sein. Dann haben wir gesagt, wir hätten gerne unbedingt eine Pattern Library, da hängt noch sehr viel mehr dran beim Digital Festival. Und natürlich moderne Technologie einsetzen, es muss keine Raketentechnik sein, aber es muss taugen, es muss aktuell sein. Und eine Herausforderung kam noch mit dazu, nämlich, dass wir erstmals an eine externe Event Management Software anknüpfen mussten an der Stelle. Und wie gesagt, dieser Gedanke, dass man das Ganze auf ein breiteres Team verteilt, war auch wichtig. Insofern Kollaboration. Pattern Library war deswegen klar, weil wir eine, wir wollten das als Arbeitswerkzeug haben, wo wir frühzeitig schon die Leute mit reinziehen wollten, die daran beteiligt waren, verteiltes Team und so weiter. Single Source of Truth, habe ich vorhin schon gesagt, das wäre natürlich immer der Traum. Und das bedeutet, dass wir hundertprozentige Synchronicität mit dem Entwicklungsstand haben wollten. Das war so ein bisschen die Herausforderung, Dokumentation für Redakteure, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Mein Traumfall wäre, dass wir in diese Pattern Library zukünftig auch Printprodukte mit reinkriegen. Webweek macht, das Digital Festival macht genau das Gleiche wie der Joomla Day auch. Wir haben Hocker und Plakate und weiß ich nicht was alles. Es wäre natürlich toll, wenn die Leute, die an der Marke beteiligt sind und an der Umsetzung beteiligt sind, alle ihre Informationen in diesem System finden würden. Wir haben so angefangen, dass wir uns vor zwei Jahren dann erst mal mit einem Team in Ungarn eine Woche lang eingesperrt haben und angefangen haben, dieses Projekt neu zu erfinden. Vielleicht den einen oder anderen, sind ein paar bekannte Gesichter dabei, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, gar nicht eingehen. Und das war unsere Vorgehensweise. Der erste Schritt war, dass wir natürlich neben dem eigentlichen Projektgedanken im ersten Schritt eine sogenannte Shared Language entwickeln mussten. Da waren Leute dabei, die später mit der Redaktion zu tun haben. Da war das Organisationsteam vertreten, da waren die Webentwickler vertreten, da war das Design vertreten. Alle die Leute wollen an einem Produkt arbeiten, deswegen ist es wichtig, dass die über die gleichen Sachen reden. Und ein wichtiger Punkt dabei ist das Thema Shared Language. Das heißt, Dinge brauchen einen Namen und die Namen müssen so eingängig sein, dass alle, die daran arbeiten, auch damit umgehen können. Eine Shared Language ist deswegen auch vor allem notwendig, weil wenn die jemand nicht kann, dann versteht er nicht, was in der ganzen Sache abgeht. Es sind vor allem die, je weiter entfernt von der eigentlichen Umsetzung die Stakeholder sind, umso schwieriger tun die sich oftmals. Oder wenn die keine Techniker sind beispielsweise, dann helfen ihnen technische Begriffe überhaupt nichts. Deswegen ist es super wichtig, dass eine gemeinsame Sprache existiert für so ein Designsystem, weil ansonsten steigen irgendwelche Leute irgendwann aus und boykottieren das Ganze und dann verliert man die. Das wollen wir natürlich nicht. Ich überspringe das mal ein bisschen. Pattern, Namen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man Pattern benamen kann. Da gibt es die einen, die das eher plastisch machen, die anderen eher technisch und so weiter. Wir haben uns für so einen Mischansatz entschieden. Vielleicht könnt ihr das nachher sehen. Das heißt, wir haben angefangen damit, so hat es ausgesehen, wie wir da gearbeitet haben. Es hat auf dem Balkon stattgefunden. Wir haben die ganzen Fenster mit Post-its zugeklebt. Das ging eine Woche lang so. Wir haben jeden Morgen mehr oder weniger ein ein-, zweistündiges Stand-up, weil so viele Stühle haben nicht hingepasst gehabt. Und haben gemeinsam wirklich diese ganzen Disziplinen zusammen erstmal so rausgeschält, was wollen wir mit diesem Projekt eigentlich umsetzen. Die nächste Aufgabe ist dann, dieses Konzept, das man da entwickelt hat, wirklich in Patterns zu zerlegen. Was sind die Pattern? Und es gibt im Großen und Ganzen zwei Ausgangssituationen, aus denen sowas passieren kann. Nämlich entweder, und das wäre der Traumfall, ich setze mich als allererstes in so ein Projekt hin, in der Designphase, vielleicht sogar mit dem Design, oder am besten mit dem Designer zusammen, und entwickle Patterns von Null weg genau schon in ihrer modularen Struktur und baue die so in eine Pattern-Library ein, entwickle so, entwerfe so und baue so am Ende mein Produkt zusammen. Das ist aber irgendwie so der Schulbuch-Ansatz. In der Praxis läuft es meistens so, dass irgendwer irgendwann einem ein Design über den Zaun wirft und man nicht von Anfang an irgendwie in diesem Prozess schon mit drin war und modular gedacht hat. Und dann ist der andere Ansatz, dass man ein sogenanntes Design-Inventory macht, das heißt, das Design, das irgendwo schon vorliegt, das kann man als ein PDF oder als eine Sketch-Datei oder was auch immer, dass man das entweder ausdruckt, also eine Technik ist, dass man wirklich hergeht und das Ding ausdruckt und mit der Schere zerlegt und wie ein großes Puzzle vor sich hinlegt und zerhackt und versucht, Muster da drin zu erkennen und das wirklich an die Wand zu hängen. Und tatsächlich ist es in dem Fall dann auch so gelaufen, wir waren, nachdem wir in Ungarn waren, dann theoretisch hätten wir das alles so machen können, wie ich es gerade sagte, aber in der Praxis war es dann so, weil alles Ehrenamt und dann doch irgendwie Job und dann hat der Designer hat halt dann ein Design gemacht im Laufe der folgenden Monate, das ist dann irgendwann bei uns angekommen und dann wurde das in Form von so einem Design-Inventory zerlegt, in Patterns zergliedert. Das war dann so der erste Ansatz, das Ganze ist dann, ich habe, dann kann man da reingehen, kann in diesen Patterns noch versuchen, die Struktur zu erkennen, also gerade um, um gleiche Ansätze in den einzelnen Modulen zu erkennen und am Ende ist das Ganze, hat es geendet in einer Mindmap, die mehr oder weniger dann vordefiniert hat, welche Bausteine würde denn die Webseite alles haben und das wurde dann alles in eine technische Struktur übersetzt. Kurzer Ausflug, den Tools, die wir da einsetzen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, also zum einen, Typo 3 war gesetzt, das ist klar, ihr wisst alle, was Typo 3 ist, brauche ich keine Werbung machen, das ist ein Extension-basiertes System, ähnlich wie es Joomla auch ist, vielleicht heißen die Dinge da anders, aber im Großen und Ganzen wird es in etwa dasselbe sein. Bei der Pattern Library verwenden wir, arbeiten wir mit einem System, das Fractal heißt, ich will kurz sagen, Fractal, es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Tools, die man da verwenden kann, was für uns natürlich wichtig ist, ist, dass es eins ist, dass wir bedienen können, dass das sozusagen gut erweiterbar ist, weil wir immer wieder mal ein paar so Spezialitäten brauchen und wir, wie gesagt, arbeiten in dem Zusammenhang in erster Linie mit Fractal, Fractal kommt aus der Node-Welt, das heißt, es ist ein Node-Server oder eine Node-Anwendung, alles in Java-Script geschrieben, also verstehen wir das ganz gut, wir haben ein GALP-Workflow hinter dem ganzen Ding und Fractal, das Schöne daran ist, dass Fractal einem keine Vorschriften macht, mit welcher Technologie man in Wirklichkeit arbeiten soll, das heißt, ob das jetzt, Fractal kommt von Haus aus aus der Node-Welt und ist deswegen so voreinstellungmäßig so ein bisschen daran orientiert, das heißt, denkt erstmal an Handlebars, Templates und solche Geschichten, aber das Schöne war, dass wir unsere eigene Struktur dort anbinden konnten und das heißt, das habe ich gerade schon erzählt, ich mache mal ein bisschen schneller, das heißt, was wir gemacht haben, um diesen Wunsch zu erfüllen, dass die zwei Systeme wirklich synchron sind, wir haben für beide Systeme oder ich habe für beide Systeme Plugins geschrieben, sage ich jetzt mal, die zweierlei Dinge ermöglichen, nämlich erstens mal, ich kann sozusagen an einer Stelle, das passiert bei uns in dem Fall im Typo 3, Komponenten strukturell anlegen, ich zeige gleich noch ganz kurz, wie sowas ausschauen kann und kann die Information, welche Komponenten ich definiert habe und die an dem Projekt beteiligt sind, kann die über eine einfache Schnittstelle exportieren, die einfache Schnittstelle ist in dem Fall eine JSON-Beschreibung und genau diese JSON-Beschreibung kann Fractal einlesen und daraufhin habe ich alle Komponenten, die ich im Typo 3 definiert habe, auch in einer ähnlichen Form im Fractal zur Ansicht und umgekehrt war die zweite Herausforderung, jetzt muss ich mich jetzt muss ich quasi abkürzen, ich versuche jetzt ganz schnell durch, die zweite Geschichte ist es, dass das Rendering von unseren Komponenten teilweise so stark in das Typo 3 System rein verwurzelt ist, dass wir das nicht im Fractal direkt rendern können, sondern dass wir, dass ich einen zweiten Adapter geschrieben habe, der Typo 3 als Rendering Engine für das Fractal verwendet. Ich mache das jetzt ganz, ganz flott. Wir haben einen bestimmten Aufbau, in dem wir unsere Pattern Libraries grundsätzlich strukturieren. Ich gehe da ganz kurz, ich zeige es, werfe es nur hin und ich habe das im Prinzip vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass bestimmte Muster bestimmte Technologien produzieren oder als Anteil haben und das spiegelt sich in der Struktur unserer Pattern Library in der Regel wieder. Das heißt, wir haben die grob gegliedert. nur zwei, drei Screenshots zu dem Thema. Wir definieren sozusagen eine Code-Struktur im Typo 3. Das Ganze ist eine Ansicht aus dem PHP-Storm. Wir haben eine Art von Definition, dass das Ganze eine Komponente ist und was daran beteiligt ist und wir können quasi per Knopfdruck diese Information mit dem Fractal synchronisieren und so sieht eine Ansicht im Fractal aus, wo ich jetzt quasi eine einzelne Designkomponente dort sehen kann. Das ist in dem Fall so eine Kachelansicht und ich habe im Fractal verschiedene Blickwinkel auf einzelne Komponenten drauf. Ich kann da Varianten darstellen. Ich kann das Ganze testen, indem ich größer, kleiner machen kann. Ich kann responsives Verhalten prüfen. Ich kann mir Abhängigkeiten zwischen Komponenten darstellen lassen. Das heißt, wenn ich ein Formular habe und dort sind Formularfelder drin. Die Formularfelder sind natürlich auch einzelne Komponenten und das Formular zeigt die dann und ich kann zum Schluss das Ganze auch per diversen Tools testen, zum Beispiel auf Barrierefreiheit. Tenen ist ein so ein Beispiel. Ich gehe da nicht mehr drauf ein jetzt. Danke. Zeit ist um. Kurzer Werbeblock. Ich veranstalte die eine oder andere Veranstaltung. Unter anderem veranstalte ich eine Konferenz in Reykjavik nächstes Jahr. Ich habe mit meinem Partner dazu vereinbaren können, dass falls jemand Lust hat, dort hinzufliegen nächsten März, dann hat er bis nächste Chance, noch ein Blindbird-Ticket zu kriegen, was es eigentlich gar nicht mehr gibt. Die Slides sind online, da unten steht der Link. Ich habe es auch getwittert. Vielen Dank und auf Wiederhören. Applaus